Wie, ich will eine Schrotze bauen. Ich kann eine Schrotze bauen. Kleine. Schrotflinte? Ja. Ja, richtig herstellen. Ich möchte jetzt. Zack, jawoll. Sehr geil. Jetzt baue ich noch meine andere auseinander. Und zwar die eine Waffe. Safe. Kann ich gerade auch eine abbauen. Lass mal gucken. Kann ich jetzt eigentlich hier Waffe herstellen? Lass mal E. Herstellen. Hier so auf Herstellen, ja. Ja, ich möchte gerne die Waffe demontieren. Und meine Schrotze möchte ich gerne auch nehmen. Okay, well, dann ist Beck. Ähm. Bauern, modifiziere Waffen. Ich habe das Ding noch gebaut. Wunderes Tool. Hydraulik Militär oder Tesla? Ähm. Was du willst. Ne Militär. Ah, die ist jetzt da drin. Okay, gut. Chronisch. Warte mal, dann fahre ich das mal hier her. Und jetzt, ähm. Modifiziere Waffen. Nein, nein, nein. Ich will meine Waffen modifizieren. Genau. Das da. Also Erweiterung 1. Das kann ich in der Neue Erweiterung herstellen. Munitionssammler. Kompakter Rahmen. Sie haben automatische Munition in der Nähe ein. Ich glaube, ich habe sogar noch die eine komische Waffe da. Andere Dinge sind's. Safe. Waffe demontieren. Tee. E. Aha. Nein, ich wollte nicht komplett da raus. Jawohl. Da habe ich endlich mal eine Schrotze. 25% des Spiels steht man nur an seiner Werkbank. Ah, mal kurz dann jetzt hier ab. Oh, Leute. Jetzt habe ich einen Zielfernrohr für das Ding. Ich schrotze mit Zielfernrohr, warum auch nicht? Erweiterung 2. Elektrische Aufladung. Oh, ja. Oh, ja. Die Schrotze wird auf jeden Fall noch verbessert im Laufe des Spiels. Ah, kolische Streuung ist die Schrotze. Auch. Unteres Tool. Viter. Viter. Oder Tesla Kern. Ähm. Ich kann da nichts herstellen. Das heißt... Boah, auf rumzubrollen. Was heißt das, das ist aufhören rumzubrollen? Das ist aufhören rumzubrollen. Das ist aufhören. Das ist aufhören. Das ist aufhören. Das ist aufhören. Und dann, warte mal kurz. Werde ich jetzt... Wohl, oh wohl, warte mal an, dann halt. Zack. Was habe ich denn unten? Den Hydraulikantrieb, den Mittelstandensplitzer. Und dann halt, den werde ich jetzt unteres Tool entfernen machen. Dann back in. Ja, bla bla. Bauanimation. Auf meine andere Waffe. Und da werde ich diesen geilen Dengals dran fangen, den Hydraulikantrieb. Genau. Okay. Jetzt noch das Maschinengewehr, den Tesla Kern dran packen. Was ist das Maschinengewehr? Hab mal kurz Munitionssammler eingebaut in meine Waffe. Hab ich auch schon. Oh leil, jetzt hab ich doppelt Maschinengewehr. Unten und oben. Ja. Jetzt brauche ich auch noch mal einen Munitionssammler an die große Waffe. Und weiter. Eindeutig einen größeren Anzug. Oh, ich hab nicht mehr genug Altmetall. Altmetall hab ich noch ein bisschen was. Ich brauche Altmetall. Ganz dringend brauche ich Altmetall. Okay. Kommst du? Noch nicht, warte. Ich muss noch schnell gucken, dass ich auch die richtigen Waffen dabei hab. Nämlich, ähm... Nehm ich dann bitte die Schrotzer mit? Ach, zurück. Safe. So, hätte ich gerne... ...das Ding hier... ...in diesen Waffenslot, genau. So, jetzt hab ich einmal meine normale Weapon und einmal... Mit Somat-Kill kann man nämlich Medi-Packs herstellen. Okay. Alter. What the fuck, wie krass da rangesoomt wird mit Zielfernrohr. Also ich hab jetzt ne Schrotze mit Zielfernrohr. Oh lol. Das unnötigste ever, aber... ...erst mal den Sucher-Bot abstellen. Also man hat auch schon seinen Sucher-Bot abgestellt. Soll er jetzt ja go? Oder... ...guck schon mal was. Ich schau mal was. Wir haben ja noch ein paar Medi-Kids gemacht. Eindeutig ein paar zu viel. Mh... Junge. Wie kann ich denn denn... Ah, hier... Ne, hier, Tee verkaufen. Wir haben, glaub ich, noch alle ein paar Medi-Kids. Aber ich brauch ganz dringend Alt-Metall. Ich hab nur noch 70 Alt-Metall. Ich hab jetzt auch noch ein bisschen was. Ich hab jetzt so noch... Sag mal hin, aber ich würd mal sagen, wir machen hier so langsam mal Pause, weil das... Wir machen jetzt auch schon wieder ne Stunde und 25. Ja, aber wir müssen bis zum nächsten Speicherpunkt gehen. Ja gut, dann beim nächsten Speicherpunkt machen wir Pause. So. Ich geh schon mal hoch. Du Dett, ich geh hier dann hinterher. Äh. 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 Alter. Leider vom Parten blockiert. Aber ich dachte schon, mein Spiel sei abgeschmiert, Alter. Eins, zwei oder drei? Ah, eins, zwei oder? Drei! Wir gehen erst mal in zwei. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Letzte Chance, vorbeiii! Loll, siehst du den da hinten, der hat sich gegen bugt? Der hat den Z-Fuß! Ja, was denn bei mir bugt da niemand? Doch, von mir schon. Ein Text-Log, warte. Ich lese ihn schnell vor. Persönliches Log, Lieutenant Edwards. L... LJG Jacques Sorkowski. Hasste Countrymusik ging mir älendwege auf den Wecker. Ein besserer Mann als ich es hier war. Ähm. Edwards Zugang ist größer. Valerie Dietz. Zu ernst, süßes Lächeln, warum sind wir uns nie näher gekommen? Tut mir leid, dass ich dich nicht umgebracht habe. Ja. Sam Cattle. Arbeitswütiges Arschloch. Das ist der Beste von uns. Ich wünschte, wir wären Freunde gewesen. Oh, Sam. Sam und die Sam. Jo. Smart Gear. Ich brauch mehr Altmetall. Was? Ich hab kein... Ich hab kein Plasma von Muni, das geht ja gar nicht. Ich find die Duschen sehr geil. Hm. Ähm. Wie kann ich nochmal Sachen droppen? Ähm. Mit auf Entfernen gehen. Entfernen? Wenn ich Entfernen drück, passiert aber nichts. Natürlich. Also, so. Okay. Du musst erstmal benutzen. Äh. Auswählen und dann... Ja. Entschuldigung. Ich drück die ganze Zeit Escape anstatt Tab. Ich will gar keinen Medipack. Ich will ehrlich gesagt, die Munition hier aufsammeln. Hier hinten gibt's noch einmal. Ne. Die hab ich schon aufgesammelt. Ich hab... Also ich hab seinen Zugangsschlüssel. Ja, ist gut. Dann können wir jetzt in 3 gehen. Drei. Drei. Oh Gott. Kuckuck. Loll. Wo ist denn der Spasti jetzt eigentlich? Oh. Du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der der Einweist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin... Hör doch mal zu. So. Okay. Team. Wenn ihr mich jetzt hören könnt, das hier ist für euch. Ah. Ah. Das hier war jetzt unser. Ah. Das passt. Du hast ein Feigling. Ah ne. Lolololol. Nein. Aua. Scheiße. Ah scheiße. Sorry. Ich kann dich gar nicht stasen. Mich nicht. Du weißt, was ich machen kann. Kannst mich explodieren lassen. Okay. Okay. Hier ein Aufzug. Oh. Hier liegt ein Cowboyhut. Oh. Hier liegt ein Cowboyhut. Boah geil. Die müssen wir mitnehmen. Und Altmetall. Altmetall. Danke. Ich hab jetzt 100 Altmetall aufgesammelt. Ja. Und ich brauch dich hier oben. Oh. Wir sind so. Ja. Mit dem Aufzug runter. Du bist da. Dann lass mal den Aufzug runter. Oh. Ich kann den hier auch runterlassen. Oh. Hier liegt auch noch C4. Soll ich das explodieren lassen? Jo. Lass mal explodieren. Oh. Sehr gut. Carry a ladder. Climb deck. Lager. Partner. Wartet. Ähm. Was soll mal... Oh. Upgrade Placine. Ein Nachladen. Ein Schaden. Geil. Alter. Alter. Sicherlich. Medizinische Hilfe. Was kann die? Alter. Eventuell ist voll. Ich werf mal ein paar Medi-Pids weg. Geh also zur Bank zurück um Inhalte einzulösen. Ja. Ich brauch auch ein paar davon weg. Ich hab hier noch irgendwie 20 davon. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 9 Stück. Aber ich werf mal ein Munitionsclip weg. So. Und nehm ein Medi-Pids. Wie viele. Ähm. Loll das. Ich verstehe jetzt warum wir nicht am Leben bleiben durften. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Irgendwo was hier abklebt. Alle übrigen Sprengladungen sind. Oh Gott. Das ist komplette geile Musik. Jetzt kann ich meine Schrotze ausprobieren. Ja, warte mal kurz. Ich suche nicht. Ich will hier noch den Muni-Pack. Ach was ist das? Alter, die hat's voll drauf. Oh ja. Ich hab hier mit Zielfernrohr, Alter. Wie creepy das ist. Hey, du zielst damit. Nein, nein, nein. Baum geht jetzt runter, du Held. Woll doch nicht runter. Wie kann mein Inventar denn voll sein? Meins ist auch voll. Scheiße. Okay. E. Entfernen. So. Boah. Ja, ich bin zu blöd dazu. Geil. Hab den einen Card gewone-shotted. Ich leg noch Muni-Kill. Ich leg noch Muni-Ding. Aber ich kann's nicht aufsammeln. Nein, ich will keinen Medi-Pack aufsammeln. Aber ist das egal. YOLO. Warte mal. Ich ruf mal den Aufzug zu mir hoch. Die Musik ist geil. Mhm. Da-da-da-da-da. Ich hab' jetzt noch mal eine medizinische Hilfe. Und ALTMETALL. Medizinische Hilfe. Was kann die eigentlich? Ich glaub die gibt dir Leben oder sowas. Na kurz, dann mach ich mal hier. Entfernen. Weg. Ne. Ach verdammt. Bist du inkomplettet dafür was zu schließen? Ja, ich tritt die ganze Zeit Escape anstatt Tab. Mir liegt noch so viel Altmetallwarte noch. Was denn? Ich bin der Rohstoff-Huror. Ich hab' schon alles eingesaut. Na, jeder OP nutzt was eigenes. Wir müssen auf jeden Fall jetzt eine Werkbank finden. Oh ja. Weil ich muss den ganzen Schrott abliefern. Oh ja. Ich hab' jetzt irgendwie drei Ersatzteilboxen. Yo. Ja, drei Stück. Ja. Liffst du auch mit der Schrott so rum? Ja. Was für'n Untersatz hast du bei der? Ähm, normales. Normales Gewehr? Hier sagen wir, hier unten ist doch ne Werkbank. Stimmt. Ich hab' jetzt diesen Ausweiter. Traurischer Ausweiter. Und kaum ist meine Werkbank hört die Musik auf. Schade eigentlich. Oh, wie geil. Schade eigentlich. Alter, sicherlich. Diffraktionsring. Und kompaktere Partierer. Und noch ne neue Platine. Alter, wie nice ist denn das bitte? Bauen, modifizieren und modifizieren Waffen austeilen. Warte mal kurz. Ich hätte gerne... Bessere Waffen mit Upgrade-Plutin. Nachladen und schaden. Hier. Hier. Ich mach' auch einer hin. Nachladen hinzufügen. Nachladen und ein Clip. Genau. Schauen wir jetzt zurück. Die da. Ich hab' 45 Wolfram! Alter! Ich hab' auch 40... Ich hab' auch 50 Wolfram. Dann mach' ich mir auf jeden Fall meine... Ich mach' mir auf jeden Fall meine... Ich mach' mir auf jeden Fall meine... Spitze. Die Spitze würde ich sehr gerne ändern.